Lernt, Gutes zu tun, sorgt für das Recht. Ein kleiner Abschnitt aus dem Buch Jesaja. Zwei kleine Sätze. Und wieder bin ich froh, über eine solche frohmachende Botschaft lernen zu dürfen. Nicht fertig sein zu müssen, nicht beendet sein zu müssen, sondern es ist ein Prozess, ich kann lernen, Gutes zu tun. Das heißt, ich kann mich auch in diesem Lernen verfehlen, ich kann einen Fehler machen, ich kann immer wieder aufstehen und neu beginnen. Ich bin froh, dass ich diesen Prozess machen darf, in meinem Glauben, aber auch in meinem Beten, in meiner Verbindung zu Gott, in meinem Leben mit Gott. Dass ich manchmal auch stehen bleiben darf, dass ich manchmal auch überlegen kann, dass ich Zeit habe, weil ich ja ein Lernender sein kann vor Gott. Ich möchte Sie heute segnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.